Musik Hier zeigen wir die Campeo Track Mini, ein Umbaudenes Café Dolce Gusto Mini Mi für unterwegs. Einschalten und warten bis das Licht grün leucht. Über den Wahlheber kann gewählt werden, ob ein kaltes oder heißes Getränk zubereitet werden soll. Die benötigte Wassermenge wählt man über den Dosierschieb. In den Kapselhalter wird die Kaffeekapsel eingelegt. Die Abtropfschale ist höhenverstellbar und kann zur Reinigung ganz einfach entnommen werden. Der Wassertank fasst bis zu 0,8 Liter Trinkwasser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017